Herzlich Willkommen im Hotel am Kurpark. Sie wünschen sich Erholung und Entspannung, viel schöne Natur, einen traumhaften Kurpark, die Heilkraft der Sohle und Wellness pur? Besuchen Sie doch einmal den Kurort Schönebeck Bad Salzelmen im Herzen von Sachsen-Anhalt und nehmen Sie Quartier in unserer Villa aus Gründerzeiten, dem exklusiven Vier-Sterne-Hotel am Kurpark in Schönebeck. Sie werden begeistert sein und sich bei uns besonders wohlfühlen. Ankommen, einchecken und sofort genießen. Im Hotel am Kurpark bieten wir Ihnen neben modern eingerichteten Standardzimmern mehrere gemütliche Deluxe-Zimmer. Alle Zimmer haben einen Fernseher. Moderne und edle Marmorbäder mit Dusche und WC, Föhn und ein Kosmetikspiegel dürfen natürlich auch nicht fehlen. Unser Hotel-Restaurant freut sich auf Ihren Besuch. Wenn Sie möchten, können Sie hier auch mit der ganzen Familie feiern. Wir haben Platz für bis zu 60 Personen. Aber nicht nur das. Wir haben unseren Weinkeller liebevoll saniert und noch gemütlicher gestaltet. Wollen Sie tagen? Gerne! Unser Tagungsbereich hat Tageslicht und ist technisch up-to-date. 90 Personen finden hier Platz. Der Raum ist dreifach teilbar und bietet so auch kleineren Tagungsgruppen den richtigen Rahmen. Fragen Sie nach unseren individuellen Tagungsangeboten. Zigarettchen gefällig? In unserer Raucherlaunce dürfen Sie Ihrem kostspieligen Hobby gerne weiter frönen. Sie lieben elegante und exquisite Kulissen für einen großen Auftritt? Wir haben sie! Das Auditorium lässt keine Wünsche offen und bietet ein Bilderbuchambiente für Veranstaltungen von 80 bis 200 Personen. Schöneberg Bad Salz Elmen hat viel zu bieten. Ein Spaziergang im Kurpark gehört zu den beliebtesten Unternehmungen unserer Gäste und die Sohle ist dabei ein ständiger Begleiter. Die im Trinkbrunnen ausgeschenkte Sohle hat eine Salzkonzentration von 0,8%. Ein Besuch am Kurbrunnen macht also nicht nur Spaß, sondern erfüllt auch einen guten Zweck. Genießen Sie unser Bad Salz Elmener Wasser und bleiben Sie gesund! Das Gesundheitszentrum Lindenbad ist ein ambulantes Kurmittelhaus für physiotherapeutische Anwendungen auf Rezept. Wussten Sie, dass das Sohle Heilbad Schöneberg Bad Salz Elmen das erste seiner Art im deutschen Binnenland war? Darf ich vorstellen? Dr. Johann Wilhelm Tolberg. Er hat's erfunden und 1802 den Grundstein für das Sohle-Badehaus gelegt. Heute gibt es den gesunden Badespaß mit einem Salzgehalt von 3,5% im aufwendig sanierten Sohlequell Bad Salz Elmen. Stimmungsvoll und immer anregend ist der Besuch der regelmäßigen Kurkonzerte am Kurhaus. Bei Interesse können Sie an Rundgängen im Kurpark oder sogar an Nachtwächterführungen teilnehmen. Ein romantischer Blick vom Hotelbalkon auf den Schwanenteich lässt den Tag vortrefflich ausklingen. Der junge Morgen lockt mit einem kräftigen und leckeren Frühstück. An unserem reichhaltigen Buffet bedienen Sie sich selbst nach Herzenslust und nach Gusto. Ein gesundes und vitaminreiches Frühstück ist der beste Start in den Tag. Probieren Sie unbedingt unsere Spezialität, den hausgebeizten Lachs. Und jetzt mitten hinein ins salzige Vergnügen. Was Sie hier gleich sehen, nennt sich Schausieden und bei dieser Prozedur im Kunsthof schauen Sie genau zu, wie die Salzsieder früher und heute das für uns lebenswichtige Salz gewinnen. Für die ganz Ehrgeizigen unter unseren Gästen winkt sogar ein Salzsieder-Diplom. Na, schmeckt's? Das Gradierwerk ist ein imposantes, technisches Denkmal mit einer herrlichen Aussicht. Auf die Kirche von Schönebeckbad Salzelmen, den Soleturm und bei besonders schönem Wetter erkennt man in weiter Ferne sogar den Magdeburger Dom. Das Gradierwerk können Sie besichtigen und 70 Meter tief in das unterirdische Sohle-Schiff schauen und der leise rieselnden Sohle lauschen. Falls das Wetter mal nicht mitspielt, besichtigen Sie den Soleturm und das Museum für Technik der Salzherstellung und andere ständige Ausstellungen. Was für ein schöner, erlebnisreicher Tag. Noch ein kleiner Spaziergang und Sie sind schon wieder zu Hause im Hotel. Beim gemütlichen Kaffeetrinken in unserem Sommergarten empfehlen wir Ihnen die Spezialität des Hauses. Hausgebackene amerikanische Kirschtorte. Genuss pur. Lassen Sie es sich gut schmecken. Der Mensch lebt nicht vom Kuchen allein. Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie unser Hoteleigenes, kleines und stilvolles Saunaparadies. Sie finden eine Dampfsauna, eine finnische Trockensauna, ein Solarium, Wärmeliegen und einen Entspannungsraum. Wer mag, bucht eine entspannende Massage, zum Beispiel Ayurveda. Modern und sehr beliebt ist zum Beispiel auch die Hot Stone Massage. Hier bleibt kein Wunsch offen. Ob eine feine Kosmetikbehandlung oder eine Naturgelmaniküre, wir haben das passende Angebot für Sie. Für einen unvergesslichen Wellness-Tag. Der perfekte Abschluss ist ein beschauliches Candlelight Dinner in unserem Restaurant. Genießen Sie die leckere regionale Küche. Bei einem guten Tröpfchen. Und nach dem Essen nehmen Sie Ihren Digestiv oder den kleinen Absacker in der gemütlichen Hotellobby. Oder Sie genießen Ihren Schlummertrunk an unserer Hotelbar. Ganz nach Gusto. Das Vier-Sterne-Hotel am Kurpark in Schönebeck-Badsalzelmen wünscht Ihnen eine erholsame Nacht. Wann kommen Sie wieder?